Bala Amlai in seinem dreißigsten Jahr fuhr eines Abends nach Madagaskar, denn er trug Verlangen nach Erna Susatte, die er vier Jahre lang nicht gesehen hatte, und er wusste nicht, wo sie war, und drum dachte er, sie ist in Madagaskar. Er sah auf Cooks Reisebüro die Karte ein und dachte, sie müsse dort irgendwo sein, und kam so nach Madagaskar, fürwahr, wie der Pontius ins Credo hinein. Er fuhr mit einem Koffer voll von Papieren, einem Regenschirm mit kaputten Scharnieren, einer Gitarre und einer Buddelschnaps und mit seinem alten Herzklappenklaps. Da das Meer verfluchte Manieren hatte, dachte er nicht viel an Erna Susatte, jedoch auf der Insel hinterdrein fiel ihm dieser Name, nicht das Gesicht, wieder ein. Jedoch ging allein er an diesem Abend zu Bett, denn er spürte, dass er sie an diesem Abend wohl doch noch nicht treffen würde. Als nun Bala Amlai in seinem 30. Jahr eines Morgens plötzlich in Madagaskar war, frug er sich, bevor er auf die Suche ging, ob es möglich sei, dass Erna Susatte in Madagaskar war. Und da er fand, es sei möglich, warum auch nicht, dass aber die Aussicht sei äußerst gering, besonders wenn man nur Koffer und Regenschirm hatte, und da er außerdem für das Gesicht dieser entschwundenen Erna Susatte wenig Interesse, Interesse mehr hatte, entschied er bei einem Punsch, der miserabel bereitet war, es sei nichts Besonderes auf Madagaskar. Und fuhr frei und ledig von allem Sehnsuchtsschleim mit einem Punschaffen mittlerer Größe wieder heim und bestellte einen zweiten Punsch bei Anna Gewölke, Townsienstraße 12 in der Bar Rote Nelke. Viele Jahre danach, in einer Bar, Townsienstraße 4, erzählt eine total versoffene Wiese, unter andern waren Geschichten auch diese. Von einer kühnen Segelfahrt nach Madagaskar, von schiffbrüchigen Visionen und Schlangenbissen und von einem Gesicht, das er mitten im Sumpf von Madagaskar gesehen hatte, als Beweis, dass mitunter doch das Wunder geschieht und wie er, ohne etwas zu wissen, das bleiche, vergessene Gesicht der Erna Susatte von Punsch besoffen in einem asiatischen Sumpfe sieht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020